ok jetzt die stabilisierung abgeschaltet steht immer noch 25 bilder pro sekunde mal gucken wir werden sie gleich noch mal wieder anschalten mal sehen was jetzt so ein schärfer ist die richtung so ja anscheinend werden das aufnehmen wieso 100 ist jetzt diese 200 diese 400 die so 800 die so 16 2200 die richtungskorrektur kann ich hier noch einstellen ok alles klar achten wir hier an so ein 8 fach so ist jetzt natürlich schlechter ok erst mal